super schönes frühstücken mit flo gehabt wir haben uns lange nicht gesehen ist auch schwierig unsere terminkalender zusammen zu kriegen aber gut ein paar telefonate jetzt sind aber folgt und dann müssen wir noch eine druckfreigabe für sachwerksmagazin machen dann ist es das aber das ist in den deutschen köpfen noch nicht so drin dieses portfolio denken generell nicht auch bei aktien nicht oder bei vermögensanlagen anderer art im sachwertsektor oder ähnlich die leute kapieren nicht dass man man kann ja nie zu 100 prozent richtig liegen das schafft kein buffet das schafft niemand irgendwie nur richtige tolle anlagen weil du kannst ja auch die zukünftigen rahmenbedingungen gar nicht voraussehen das geht ja gar nicht da muss ja nur irgendein gesetz geändert werden und auf einmal funktioniert die anlage nicht mehr deswegen bin ich echter meinung das habe ich mit frank teelen auch besprochen dass die leute viel mehr die nehmen zehn geld anlagen zum beispiel und sollen sich schon beim abschluss schon bei der unterschrift sollten die sich darüber klar sein dass wahrscheinlich vier davon schief gehen zumindest ist vorher genau vorher der entscheidung so ich mache das ja ja so die entscheidung vorher okay gut was nehme ich warum nehme ich das genau was will ich damit überhaupt bezwecken das sind ja entscheidungen die im vorfeld laufen ja 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 die leute müssen einfach die die müssen einfach schon damit rechnen dass da dinge schief gehen und aber die anderen sechs die laufen doch oder die fünf das ist doch in ordnung so eine misch kalkulation anstatt sich auf diesen einen schiefläufer zu konzentrieren immer aufs ganze portfolio zu konzentrieren ich glaube das mache ich mal in der schule oder sehr oft in der schule einfach nicht darauf eingegangen wird nein in der schule sowieso nicht da fehlt das finanzwissen die risikoaffinität ja was es für das leben bedeutet ja aber auch die entscheidung die kinder zu wählen menschen treffen entscheidungen wobei es aber ja auch ich meine es sind aber ja auch die jahrzehnte lang die banken und so gewesen die sagen risikolos und ohne risiko und hier können sie was machen ohne risiko und blablabla damit wurde damit damit wurde den leuten ja aber eingetrichtert das risiko was schlechtes ist aber risiko ist ja etwas neutrales das ist ja das ist ja weder gut noch schlecht risiko ist ja einfach nur dass man sich bewusst wird dinge funktionieren und dinge funktionieren nicht das ist yin und yang abends wird auch dunkel das ist einfach so das normal harry glückler hat mir letztens so ein video geschickt da fragte dass der schüler den lehrer herr lehrer gibt es kälte und gibt es dunkelheit und dann sagte der lehrer natürlich und dann sagte das kind nee das stimmt aber gar nicht kälte ist ja nur das fehlen von wärme und dunkelheit ist ja nur das fehlen von licht das ist aber das ist total das ist eine neutrale geschichte so